Also, hätte wahrscheinlich alle mitbekommen, dass mein letztes Video jetzt drei Wochen her ist und dass das Abstimmungsvideo offline genommen wurde von mir. Also, ich habe jetzt kein Copyright-Strape bekommen, keine Sorge. Ich habe ein Video sowieso, keine Musik verwendet, weil ich mir keine Mühe dafür gegeben habe. Haha! Aber ja, darum soll es gar nicht gehen. Joach, ich wollte nur begründen, warum denn jetzt so lange nichts kam. Und das ist jetzt auch nicht wirklich ein tolles Video, denn jetzt wird wahrscheinlich auch erstmal ein, zwei Wochen nichts mehr kommen. Ich mache das nur wegen dem Algorithmus. Spaß, Algorithmus hat mich noch gar nicht wahrgenommen. Das können wir ändern, Leute. Also ja, ich werde jetzt nur darum kurz reden, was denn so los ist im Moment, warum ich jetzt drei Wochen lang nichts gemacht habe. Das ist jetzt hier kein heftiges Real-Talk-Video. Das ist nur eine kurze Erklärung. Kurz gesagt, ich arbeite an der dritten Folge von Minecraft Nocturne. Yay! Endlich! Ich kriege es mal endlich auf die Reihe. Ja, also es ist scheiße aufwendig. Ich werde wahrscheinlich in Timelapse nochmal einblenden, was ich denn da so alles baue, damit ihr schon mal die erste Kulisse sehen könnt. Denn das habe ich aufgenommen, wie ich das denn so gebaut habe. Habe ich auch die Tech-Gun-Mod benutzt, weil die da so einen Bohrer haben, der neun Blöcke auf einmal abbaut. War ganz praktisch. Habe ein bisschen Arbeit gespart, denn das ist ein richtig großer Raum unter der Erde, die ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Und ja, das ist natürlich recht aufwendig, kostet seine Zeit. Vor allem dieser Raum ist bisher nur für die erste Szene. Ja, ich arbeite nur an den ersten 20 Sekunden und das schon seit zwei Wochen. Ja, da seht ihr mal wie aufwendig Nocturne ist. Ich werde diese Kulisse hoffentlich nochmal verwenden, sonst hat sich das irgendwie nicht gelohnt. Aber ja, das ist jetzt eigentlich schon die Erklärung. Ich arbeite am Minecraft Nocturne Folge 3. Hoffentlich lasse ich das dann jetzt auch so dabei und mache nicht wieder schon drei Monate keine weitere Folge. Denn das will ich nicht. Und ich habe auch keinen April-Shats gemacht, was ich ursprünglich geplant hatte. Und der erste April ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Ja, der ist eine Woche her, heute ist der siebte. Ja, super. Also, für euch ist es wahrscheinlich ein anderer Tag. Aber, ja, bei mir ist gerade der siebte. Mal im Ernst, ich habe keine Ahnung, wie man ein Schnittprogramm aussieht, weil ich das seit drei Wochen nicht mehr geöffnet habe. Aber jetzt werde ich hoffentlich wieder ein bisschen aktiver werden. Also, hoffe ich zumindest. Ich hatte auch ursprünglich drei Gaming-Aufnahmen mit Paul gemacht, wo wir Mario Party und Murder Mystery gespielt haben. Aber natürlich, natürlich hat man Paul nicht gehört. Weil OBS kacke ist. Spaß. OBS ist toll. Und, obwohl, ich nehme das gerade mit Audacity auf. Hm. Okay, OBS ist doch toll. Also, Spaß. Nein, OBS ist ganz gut. Joa, das ist es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Video mal wieder. Und ihr müsst nicht nochmal drei Wochen warten. Ich mache mir größte Mühe bei Minecraft Noctam. Ich habe ja im Moment recht viel Zeit. Hust, ihr wisst Bescheid, was im Moment los ist. Die Schulen sind alle geschlossen. Ich habe natürlich noch Aufgaben, Leute, keine Sorge. Aber ja. Tschüss. Die Schulen sind alle geschlossen.